Hi, ich bin der Leon, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Limburg und mache nächstes Jahr meinen Schulabschluss. Ich interessiere mich in der Ausbildung bei Pauli und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal eine Videobotschaft auf mit den wichtigsten Fragen dazu. Ich fände es ganz cool, wenn ihr mir ein paar Infos darüber geben könntet. Viele Grüße aus dem Überbrechen, euer Leon. Okay, meine erste Frage wäre, was hast du gemacht, bevor du zu Pauli gekommen bist? Bevor ich zu Pauli gekommen bin, habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann bei der Friedrich-Dessau-Schule mein Fachabitur angefangen und wurde dann direkt nach dem Praktikum hier als Ausbilder angestellt. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Ja, also du solltest halt auf jeden Fall Bock haben auf Technik, auf viel Technik, weil du so viele Sachen lernst und da auf dem Markt so viele neue Sachen immer wieder kommen, musst du dich halt immer jeden Tag mit irgendwelchen neuen Sachen auseinandersetzen und mit irgendwelchen neuen Sachen beibringen. Kannst du mal einen ganz normalen Arbeitstag von dir beschreiben? Ja, also morgens fängst du an um halb acht, checkst erstmal deine E-Mails, was da im Posteingang ist, guckst, ob irgendwelche Kunden irgendwelche Probleme gemeldet haben. Falls mal was sein sollte, zum Beispiel irgendwelchen Datensicherungen, musst du dich halt aufschalten auf den System beim Kunden vor Ort und prüft dann halt, ob die Datensicherungen gelaufen sind, ob sonstige Ausfälle in irgendwelchen Netzwerken sind. Ja, auch wenn wir mal neue Projekte haben, musst du ja auch in der Firma dann die ganzen Geräte vorher hier einrichten und die ganzen Kunden hinbringen und dort dann einbinden wir ins Netzwerk. Was findest du richtig cool an deinem Job? Ja, mir gefällt besonders gut, dass wir hier selbstständig arbeiten können und unsere Termine können wir selbst planen und selbst koordinieren und wir betreuen halt immer im Team die Netzwerke. Falls mal ein Kollege Urlaub hat oder krank ist, kann halt der andere Kollege einspringen und sich dann mal den Kunden helfen. Warum hast du dich für die Firma Pauli entschieden? Ich habe damals in der Realschule ein zwei bestimmtes Praktikum hier gemacht bei der Firma Pauli und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, dass ich hier meine Ausbildung mache und ja auch vielleicht demnächst arbeiten möchte. Ja und es gibt ja auch sehr viele Veranstaltungen. Wir haben hier jedes Jahr die Hausmesse, dann die Weihnachtsfeier, die extrem cool ist und auch wenn beispielsweise die Wärme ist, haben wir auch Public Viewing hier. Also ganz, ganz viel im Angebot. Ja. 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 Ja.